Stell dir vor, es ist Vormittagspause in einer wichtigen Tagung, jeder ist in seine eigene Welt vertieft, niemand spricht miteinander. Wie du mit deiner Stimme im Smalltalk Türen öffnen kannst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Spontane Gespräche. Manchmal ist es ja so, dass wir nicht die große Vorbereitungszeit haben, dass wir nicht uns lange auf Präsentationen vorbereiten oder auf wichtige Verhandlungen und Gespräche, sondern dass sich so einfach zwischendrin im Alltag, vielleicht im Business oder vielleicht auch privat, ganz spannender Kontakt ergibt. Und dass man dann vielleicht mit dem Menschen ein paar Minuten Zeit hat. Und wenn man jetzt genau die richtigen Worte wählen würde, ja, ja, wer weiß, was dann passiert. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Wir schauen uns heute an, wie wir denn dann am besten kommunizieren können in solcherlei Situationen. Tolle Frage, Andreas, die du hier in den Raum stellst. Denn, ja, meine allererste Assoziation ist, naja, was soll ich dann sagen, was muss ich sagen, wie könnte ich beginnen und schon ist die erste Falle zugeschnappt. Und im Hinterkopf immer der Gedanke, was denkt er von mir, was denkt er von mir oder die, ja, die Selbstzweifel. Nimm eine ganz konkrete Situation. Du triffst jemanden zufällig bei einer Veranstaltung, sagen wir. Du stehst mit jemandem zufällig gerade beisammen, weil es sich so ergeben hat. Ja, und irgendwie ist jetzt die Frage, bleibe ich für mich alleine und knabbere ich an den Nüsschen und trinke ich mein Getränk? Oder kann sich hier ein Gespräch entspinnen mit dem Menschen, der gerade, ja, neben mir oder seitlich wo immer ist. Und ja, es kann, allerdings kaum so, dass du mit der Tür ins Haus fällst. Erster Grundsatz, vielleicht so allererstes, bitte aufschreiben, merken, dick abspeichern. Wenn du vorpreschst und von dir aus vom Anderen etwas willst, dann ist der erste Eindruck im Grunde schon verbockt. Deshalb, besser anders, erster Schritt, nimm mal wahr, wer ist der Andere, was tut der Andere, wohin blickt der Andere, worüber denkt der Andere wahrscheinlich gerade nach. Also horch hin und schau hin. In der klassischen Smalltalk-Situation zum Beispiel, am Rande einer Veranstaltung, wo du irgendwie neben Menschen stehst und du dir denkst, es lohnt doch die Gelegenheit, wenn du schon hier bist und wenn der Andere schon da ist, in ein Gespräch zu kommen. Nimm einfach auf, nimm wach auf zum Beispiel, wohin guckt der Andere gerade. Wenn du jetzt neben dir einen Menschen hast, der gerade noch so nachdenklich nach vorne schaut, wo gerade ein Vortrag gelaufen ist oder wo du gerade, ganz egal, Musik gehört hast oder was immer vorher war. Okay, dann schaust du auch dorthin, nimmst Bezug auf das auf, schaust den Anderen an, der wird merken, dass du gerade hinschaust, dann schaust du wieder in die Richtung von diesem Event oder von dieser Begebenheit, die ihr beide gerade gemeinsam erlebt habt. Und dann würde es genügen, dass du innerlich so ein bisschen nickt und so nachdenklich so hinsinierst und deinen eigenen Gedanken nachgehst und dann vielleicht dazu einen Satz sagst, im Sinne von, das war doch echt ein tolles Konzert. Und den Ball an den Anderen übergibst und das Eis ist gebrochen. Ja, noch cooler wäre, wenn du nur ein Wort sagst, so spannend. Der schaut oder sie schaut dir dann an, hä? Was meinst du? So einfach spannend. Einfach irgendwas so in den Raum reinschweißen, wo man sich denkt, ja, just give it a try, just give it a try, ja. Und natürlich, wie du sagst, es beginnt mit der Wahrnehmung. Es beginnt tatsächlich mit der Wahrnehmung irgendwas bei dem Anderen, an dem Anderen oder der Anderen und das kann manchmal was ganz Profanes sein, persönliches Erlebnis. Es war vor ein paar Tagen, eine junge Frau, und ich habe sie auf ihre gelben Schuhe angesprochen. Das war beim Training. Und die hat so gelbe, die war mir echt gefallen. Also ich sag so Sachen, nur wenn ich es echt meine, ja. Die hat so richtig leuchtend, grellgelbe Schuhe angehabt. Im Fitnessstudio. Das ist toll. An so einem Herbsttag, wo alles dunkel ist, ziehst du diese Schuhe an. Ich finde das richtig toll. Dann war sie noch in grün angezogen und gesagt, also grün, gelb. Dann hat sie noch ein blaues Handtuch gehabt. Also alle, alle sommerlichen Farben. Und ich dachte, das ist der beste Part für den Herbst. Es kann sowas profan. Und wir waren im Gespräch. Es ist ja völlig wurscht. Es ist völlig profan und eigentlich völlig irrelevant, was die Frau für Schuhe anhat. Und ich glaube, dass das auch ernst gemeint sein soll. Mir haben die Schuhe wirklich gefallen. Keine Frage. Keine Frage. Auch in der klassischen Tagungssituation, weil ich so oft erlebt habe, du stehst an so einem Stehtisch. Auf dem Stehtisch ist entweder Knabbergebäck oder du hast dir gerade, wie es so oft bei so Netzwerkveranstaltungen gewesen ist im Laufe meines Lebens, habe ich es oft so erlebt, dass irgendwo Wiener Würstchen oder auf Deutsch Frankfurter irgendwie so in der Warmhaltewanne angeboten werden, am Ende der Veranstaltung, damit sich die Menschen noch austauschen können. Naja, so. Und dann schaust du so nachdenklich, sinnierend Richtung Buffet und sagst, naja, okay. Haben sie echt was einfallen lassen und nix dem noch so nach. Und du wirst merken, dass der andere, der jetzt indirekt aufgefordert ist, auch seinen Senf, weil wir bei den Frankfurtern waren, seinen Senf dazu zu geben. Genau, Senf passt. Und der wird dann auch etwas dazugeben und wird sagen, naja, okay, diesmal sind sie wenigstens ordentlich heiß. Letztes Mal bei der letzten Veranstaltung waren sie leider lauwarm, das war nicht so angenehm. Und dann kann ich sagen, aha, okay, sie waren bei der letzten Veranstaltung, lassen sie mal hören, da habe ich keine Zeit gehabt, wie ist denn das gelaufen oder wie war es interessant. Und schon sind wir im Gespräch. Ja, und je nach Setting dann halt duzen oder siezen. Das ist dann natürlich immer die Frage. Das ist ganz klar. Ich habe übrigens ein persönliches Erlebnis, weil du das Fitnessstudio erzählt hast. Ich erinnere mich. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin ja keiner, der fremde Frauen sonst anspricht. Aber das sagt man, ja, ja, nicht, dass jetzt da daheim jemand meint, es ist so. Sondern es ist einfach, manchmal ergeben sich Situationen. Man muss dir barfuß entgegentreten, weil sonst sprichst du automatisch über Schuhe. Man muss mir barfuß entgegentreten und mindestens hübsche gelbe Schuhe daneben stehen haben. Und schon hat man mich überzeugt, dass sie sich ansprechen. Eine Begebenheit, die ich schon einmal in einem Video erzählt habe, die hat mich zum Nachdenken über räumliche Psychologie gebracht vor vielen, vielen Jahren. Da gab es in der Nähe meiner Wohnung hier in der Altstadt in Salzburg eine kleine Bäckerei. Also einfach so ein Geschäft mit Semmeln und Brötchen und Brot und Milch und so. Also eine Verkaufstheke, du kannst dir vorstellen, so ein schmales Geschäft. Da stehen so mehrere Menschen etwas dicht gedrängt vor einer glasbedeckten Verkaufstheke. Und dort innen drin sind so die Angebote des Tages mit Nussschiffchen und Zwetschgenfleck und was ist heute in Österreich alles so. Also Kohlehydratenmast, wie wir es heute sagen. Kohlehydrathältigen Speisen aufbereitet. Jetzt stell dir diese Theke mit Zwetschgenfleck und diesen Dingen, stell dir das bitte in der Wespensaison vor. Und in der Tat... Dich waren gelbe Schuhe, ja. So, ich ging also morgens einkaufen, gehe in diesen Bäckereiladen rein, stehe hinter der Theke, neben mir wird noch eine Frau bedient. Und ich sehe, wie die Verkäuferin ununterbrochen ihre Hand ausstreckt, um aus dieser Vitrine irgendeinen Kuchen oder irgendeine Bäckerei rauszunehmen, während in dieser Vitrine sicher 15 Wespen sich um irgendwelche Leckereien gebalgt haben. Oh mein Gott. Ja, und neben mir stand eine Person, stand eine Frau, die auch gerade einkaufen war. Da ist Bienensticht dann gleich eine ganz andere Süßigkeit, gell? Ja, hat eine andere Bedeutung. Und ich erlebe mich, hinschauend auf diese Szene, auf diesen Gefahrenmoment, wende mich der Person neben mir, rechts neben mir zu, nicke ihr so zu und schaue dann wieder auf die Wespen. Und die hat auch ihr Gesicht verzogen, weil ihr in dem Moment auch klar geworden ist, wie gefährlich eigentlich der Job dieser wahrscheinlich schlecht bezahlten Verkäuferin ist, die in der Wespenzeit hundertprozentig irgendwelche extra Gefahrenzulage am Gehalt bekommen müsste. Und wir waren uns Handelseins und haben gemeinsam auf etwas Drittes geblickt. Und im Schulterschluss, das war meine spätere Erkenntnis dann in der Auswertung dieser Situation, hat sich ein kleiner Moment einer Beziehung zwischen mir und dieser fremden Person herausgestellt. Wir haben uns so angeschaut und haben dann irgendwie ein paar Banalitäten gesagt, da möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht arbeiten oder wie viel Geldzulage kriegt die gute Frau eigentlich, die uns da heute bedient. Und das war ein nettes, kurzes Smalltalk, würde man dazu sagen, Gespräch. Und dann hat man sich verabschiedet und hat das eingepackt, was man eingekauft hat und hat das Geschäft wieder verlassen. Spannend ist ja dann der nächste Schritt, wenn es tatsächlich darum ginge, dass du die Frau dann erobern wollen würdest. Da gibt es ja auch eine eigene Liga an Menschen, die sowas verkaufen. Wie kommst du dann an die Telefonnummer? Naja, also jetzt businessorientiert betrachtet. Ja, sowohl als auch natürlich. Weißt du, wenn du die Situation wieder zurückblendest in den Vortragssaal, wo man an den kleinen Tischchen steht, dann ist die erste Kontaktaufnahme ja im Grunde nur dazu da, dass das Eis gebrochen ist und dass man dann anhand irgendeines kleinen inhaltlichen Punktes in ein kurzes Gespräch kommt, damit du die Chance hast, dem anderen zuzuhören. Und das Stichwort zuhören wollte ich schon vor zehn Minuten sagen und wir haben aber dann es wahrnehmen genannt. Das heißt, dass du, bevor du etwas tust, bevor du agierst, bevor du dir den Druck machst, du müsstest etwas sagen, um in den Kontakt zu den anderen zu kommen. Wertschätzen. Also ich sage auch wirklich wertschätzen. Also wahrnehmen und wertschätzen das Gegenüber. Und also die Aufmerksamkeit einfach auf... Die Welt verstehen eigentlich. Die Welt das Gegenüber verstehen. Weil wir bauen uns ja, ich komme ja ein bisschen aus dem konstruktivistischen Denken und sage einfach, wir bauen uns ja sowieso unsere Welten selber. Und dann ist halt wichtig zu wissen, in welcher Realität ist der gerade unterwegs. Was ist das Realitätskonstrukt, in dem der unterwegs ist? Ja, du wirst es im ersten Moment nicht erfahren, aber du kannst es interpretieren. Du kannst auf die Worte achten, du kannst auf die Wortwahl achten, du kannst auf die Art und Weise achten, wie jemand sich bewegt, wie jemand die Mimik verwendet. Also all diese Dinge kannst du Rückschlüsse daraus ziehen. Stichwort zuhören. Also das heißt, deine Aufgabe ist jetzt nicht etwas zu tun, sondern hinschauen, wohin blickt jemand. Genau. Und in dir interpretieren, was sich im anderen im Moment wohl abspielt. Wir werden es im Detail nicht erfahren, aber es ist die eigene Neugier am anderen, die wertschätzend wirkt. Dann passt das Wort, das ich am Anfang gesagt habe, doch auch wieder so sehr. Und das ist wirklich eins meiner, wahrscheinlich in meinem Leben, am häufigsten verwendeten Worte spannend. Weil wenn ich nämlich mit dem Wort spannend in die Welt rausgehe, dann... Also ich sage immer so, das ist transformatorisches Vokabular, kommt so ein bisschen aus dem NLP und so. Also diese Worte, die du häufig verwendest, so verändert sich auch deine Wahrnehmung. Weil wenn du nicht rausgehst, boah, also ich bin, also die Leute, also egal was die tun, also es fühlt sich immer scheiße an. Dann wird sich halt ein bisschen was in deinem Leben auch widerspiegeln. Aber wenn du rausgehst, also eigentlich, die meisten Leute sind wirklich spannend. Die haben ganz interessante, also interessant, spannend und so, dann hast du einen ganz anderen Antrieb auch, überhaupt Fragen zu stellen. Weil die hohe Kunst überhaupt, in Kontakt mit Menschen zu treten, besteht ja nicht darin, dass ich sie zuquatsche mit meinem eigenen Zeug, sondern dass ich Fragen stelle. Ich glaube, das ist einer der Kernbotschaften, wenn man bei Arno Fischbacher zuhört, oder? Lerne, verdammt nochmal Fragen zu stellen. Wenn du noch einen Schritt zurück gehst, die innere Haltung, die dich spannend ausrufen lässt, wenn du einfach spazieren gehst oder wenn du von A nach B gehst, das ist deine Neugier. Ja, absolut. Das ist die Offenheit deiner Umgebung gegenüber, die Bereitschaft. Wir sehen ja im Grunde nur das, was wir sehen wollen, weil du schon beim Konstruktivismus bist. Perception is projection, also ja. Die Wahrnehmung, also das, was wir in die bewusste Wahrnehmung kriegen, das ist ja ein Milli-Bruchteil dessen, was unsere Wahrnehmungsorgane ununterbrochen 724... Potenziell wahrnehmen könnten, wenn sie denn könnten, ja. Gehirn schicken. Naja, die Wahrnehmungsorgane nehmen es wohl wahr, aber es wird in unseren Wahrnehmungs... Es wird gelöscht, es wird verzerrt, es wird angebaut, umgebaut in das... In der allerersten Stufe wird sie in unserem Wahrnehmungsfiltersystem ausgefiltert. Und diese Filter haben bildlich gesprochen zwei Abteilungen. Das sind die, sagen wir mal, biologisch bei allen Menschen ähnlich agierenden Filter-Elemente, die nach Größenordnungen filtern. Lauter vor leiser, rot vor grau, wodurch wir zum Beispiel, wenn man im Auto fährt... Schnell vor langsam. In der Lage sind, schnell vor langsam oder bewegt oder bewegt vor statisch. Es gibt ja dieses schöne Experiment mit dem Gorilla, wo man diesen unzensparten Gorilla nicht wahrnimmt. Und da habe ich jetzt eben ein bisschen was genauer dazu gelesen, nämlich wenn der Gorilla sich schnell bewegt, nimmt man wahr. Wenn der Gorilla plötzlich eine andere Farbe anhätte, also wie du sagst, zum Beispiel rot oder so, dann nimmt man auch sofort wahr. Es ist nur, weil er dunkel und langsam ist, deswegen nehmen wir ihn in der Regel nicht im ersten Moment wahr. Ich würde aber das Gorilla-Beispiel in die zweite Filterabteilung hineintun, obwohl beides miteinander natürlich zu tun hat. Denn dieses Beispiel mit dem Gorilla, ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern das Beispiel kennt, da siehst du Menschen Basketball spielen und die Aufgabe vorher ist mitzuzählen, wie oft der Ball den Boden berührt. Also die spielen Basketball. Oder wie oft sie passen. Oder wie oft sie passen. Also jedenfalls, du hast eine mathematische Aufgabe. Also du bist getriggert zu beobachten und du wirst auch scheinbar belohnt dafür nachher, dass du das richtige Ergebnis zählst. Und jetzt schalten sich deine Wahrnehmungsfilter auf aktiv. Und das ist im Gegensatz zum biologischen, in meiner Diktion, der biografische Filter. Das ist der Filter, der sich zum Beispiel einschaltet, wenn, sagen wir mal, du Mann bist und deine Freundin gerade schwanger ist und du gehst vor die Tür und plötzlich siehst du nur schwangere Frauen. Obwohl sich wahrscheinlich der Durchschnitt an pregnant women in deiner Umgebung nicht verändert hat. Oder du guckst dir im Katalog, ich weiß nicht, irgendeinen, keine Ahnung, einen bestimmten Overall und plötzlich hat die halbe Welt diesen Overall an. Und alle sind schwanger mit Overall. Ja, oder du siehst einen bestimmten Autotyp und du siehst plötzlich fallen ja nur solche Autos auf. Die ganze Welt fährt elektro. Fährt elektro, ganz genau. Dann sind deine Wahrnehmungsfilter trainiert. Und das ist ja auch der Effekt, den wir so oft in unserem Podcast als Halo-Effekt oder als Primacy-Effekt angesprochen haben. Der allererste Eindruck im Auftreten ist ja auch ein Trainieren der Wahrnehmungsfilter der Zuhörer oder der Zuschauer. Wobei das ist ja wieder generalisieren. Also wir generalisieren ja wieder. Wir packen Leute wieder in Schubladen. Das ist klar, aber das ist immer das Ergebnis. Also ich meine, die Wahrnehmung ist immer zuerst. Wir sind ja wahrnehmungsbegabte Menschen. Aber was dann mit diesem, was dann passiert mit dem, was wir wahrgenommen haben, das ist ja dann der nachgereihte Effekt. Aber ich finde es unglaublich spannend, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Denn im Alltag gehen wir durchs Leben. Wir sehen, wir hören und scheinbar ist das die Welt, die wir sehen und wahrnehmen. Das ist unsere Welt. Das ist das eigentlich. Ja, unsere Welt. Aber in dem Moment, in dem du bereit und in der Lage bist, deine Wahrnehmungsfilter selbst anders zu fokussieren, nimmst du anders wahr und du nimmst etwas anderes wahr. Also in meinen Seminaren, jetzt gerade letzten Freitag, hatte ich so ein schönes kleines Experiment gemacht. Das ist ganz simpel. Dann sage ich, okay, so ist euch eigentlich bewusst, dass das Hören ein höchst passiver Vorgang ist. Und wenn du hörst, bestimmen deine, dein Autopilot, also deine trainierten Wahrnehmungsfilter, die bestimmen, was du auf deinen inneren Lautsprecher kriegst. Und das hast du selbst nicht im Griff. Aber das lässt sich verändern. Und dann sage ich, okay, ich werde jetzt schnipsen. Und ab dem Schnips achte doch mal, was du aus dem Raum, vielleicht von der Außenwelt hörst. Oder alles, was blau ist oder so, da kann man ja so Farben oft sagen. Was du aus dem Körper deines, vielleicht hörst du ein Magengeräusch von deinem Nachbarn, der gerade sitzt. Oder du hörst, in dir selbst denkt, wie das Knacken, so. Und dann schnipse ich und dann recken alle die Hälse ein bisschen. Und dann merke ich, sie gehen vom Hören ins Horchen oder ins Lauschen. Und die Erklärung ist dann ganz simpel, dass es in der Sprache auch tatsächlich unterschiedliche Arten von Verben gibt für diese Warnemux-Tätigkeit. Hören ist tatsächlich das Automatisierte. Ja, auf Englisch gibt es ja hear and listen. Und listen, ganz genau. Also zuhören ist das Automatisierte. Dann hören wir nur, was uns eigentlich, was wir… Das andere wäre hinhören, oder? Was wir bereit sind zu hören. Ja, hinhören. Also ich nenne es beim Namen und sage Lauschen dazu oder Horch, wie es tönt. Und in der Lage zu sein, in einem Gespräch zwischen Hören und Zuhören und mal dem Horchen zu wechseln, gibt dir plötzlich einen ganz anderen Eindruck von der emotionalen, mentalen Situation deines Gegenüber. Du hörst plötzlich etwas ganz anderes. Nur, wer nicht geübt ist darin, verliert dann den Faden. Weil wir tatsächlich, indem wir lauschen, auf die Qualität des Tons achten, auf das Wie und wir parallel nicht in der Lage sind, das Was weiter zu verstehen. Außer wir üben es. Außer wir üben es. Menschen wie du oder ich, sagen wir mal so, deren Bildbusiness oder Lebensalltag, das ist mit Menschen auf unterschiedlichen Ebenen im Coaching stattzufinden. Und auch mittlerweile bei mir im Privaten. Also ich glaube aber auch, dass es einerseits eine erlernbare und übbare Fähigkeit ist und andererseits natürlich auch zum Teil eine gewisse Art von Begabung mitkommt im Hinblick auf Empathiefähigkeit. Es gibt Menschen, die halt auf dem Asperger-Spektrum jetzt eher weiter auf der Asperger, also auf dieser Autismus-Spektrum. Die würden das weniger wahrnehmen. Man kann es üben, ja man kann es üben, man sollte es auch üben, glaube ich, ich glaube, das ist einer der, wenn man mich fragt, was man in der Schule schon lernen sollte, dann ist sicher diese emotionale Einfühl-Geschichte. Ja, ja. Und da ist dann auch einer der Geschichten, die dann, glaube ich, hilfreich sind, wirklich Theater spielen. Wirklich selbst die Rolle einzunehmen der anderen Person und sich reinzufühlen, wie fühlt sich ein Mensch der. Weil ich glaube, dass man es so erst richtig verstehen kann. Da gibt es ja schöne Übungen, du stellst zwei Menschen einander gegenüber, so im Abstand von, sagen wir mal, einem Dreiviertelmeter. Und der eine ist quasi der Sender und der andere der Empfänger und die wechseln, die tauschen dann. Und der Sender, dessen oder deren Aufgabe ist, sich einfach in eine emotionale Situation hineinzudenken, ohne was zu sagen. Und dann verändert sich die Körperhaltung ein bisschen, wenn man betrübt ist. Und der andere nimmt einfach nur auf, was passiert. Im Grunde ist es ja nichts anderes, als sich die Wirkung der Spiegelneuronen bewusst zu machen. Und sich bewusst zu machen, dass die eigene Empathiefähigkeit immer da ist. Aber ob wir es bewusst aufnehmen und dann damit arbeiten können, also das auch nutzen, um aus dem wiederum einen Schritt in der Kommunikation zu gestalten, das ist ja die große andere Frage. Es ist ja wirklich so, dass du deine Sensoren so sehr hochfahren kannst. Also ich kann das offenbar. Wenn ich in diesem State bin, dann kann ich wirklich am Augenaufschlag das schon wahrnehmen, dass da was nicht passt. Also ich stelle eine Frage und dann sehe, ui, da hat sie jetzt oder er jetzt irgendwie anders geschaut. Ich kann es jetzt gar nicht in den Worte fassen. Dann weiß ich, oh, da habe ich irgendwas angesprochen, was… Du bist offen. Genau. Du hast quasi die Linse weitergemacht. Genau, genau. Also die Blende geöffnet, würde man beim Fotoapparat sagen, beim Alknotischen, die Blende geöffnet, sodass mehr von diesen Eindrücken in dich hineingehen kann und du da mitarbeiten kannst. So Mikrokörpersprache, ja. Mega, genau. Was ja immer sehr verblüffend ist, weil du gerade von Körpersprache sprichst und vom Beobachten des Liedschlags der anderen gesprochen hast, was wir ja selbst, indem wir durchs Leben gehen und sehen und schauen, was wir nicht wahrnehmen, ist, dass ja unser Blick nicht auf das Objekt fällt, sondern dass der Prozess ja umgekehrt ist. Also, dass das Sehen ja keine Äußerung ist, sondern eine Innerung. Also, dass das Licht über die anderen reflektiert wird und in uns eindringt und erst in uns autonom verarbeitet ist. Und ich finde es immer ganz… Ja, gibt es andere Modelle auch? Gibt es andere Modelle auch von der Hirnforschung jetzt? Ja, aber trotzdem. Also, ich meine, unsere Sinnesorgane sind Empfangsorgane und was immer durch sie hereinkommt, wird in uns selbst autonom verarbeitet. Ich kann da ein anderes Modell vorstellen. Ich kann da genau ein Gegenmodell von der Lisa Feldman Barrett vorstellen, die genau… Weil Birkinbisch sagt auch das, was du sagst zum Beispiel. Draußen passiert irgendwas, dann sind Filter und das kommt dann innen an. Und da bauen wir uns dann unsere Welt. Lisa Feldman Barrett, einer der angesehensten Hirnforscherinnen unserer Zeit. Du hast mit ihr gesprochen. Oder Emotionsforscherinnen. Und kommt genau mit dem verkehrten Modell. Die sagt, wir haben in der Vergangenheit uns Bilder gebaut, wie die Welt zu sein hätte und die projizieren wir nach außen. Also, wir haben da vorgefertigte Formen, so wie Plastilinformen und die packen wir nach außen und wir suchen in der Welt da draußen nach Entsprechungen. Also, dann sehe ich einen Menschen, der schaut genauso aus, ach, das ist schon wieder so einer. Und dann ist es so wieder… Also, wir projizieren diese Dinge nach außen. Andreas, im Grunde sagst du genau dasselbe, nur mit anderen Worten. Ist mir klar, ist mir schon klar. Ich beziehe mich ja nur auf die Mechanik der Wahrnehmung, weil das Licht fällt natürlich nicht vom Auge hinaus. Also, unsere Augen leuchten ja nicht wie Superman, der, ich weiß nicht, seine Radar oder wie heißen die, die Laserstrahlen aus den Augen hinausgehen, sondern es ist einfach umgekehrt. Du hast ja recht, ja. Aber in uns ist tatsächlich das Modell von dem und darum nehmen wir es wahr. Also, in der Technik würde man sagen, es ist ein Mustererkennungsprozess. Exakt, genau. Wir sind die beste Mustererkennungsmaschine der Menschen. Maschine, genau. Die vom Groben ins Feine geht. Und wenn du in die Landschaft schaust, dann siehst du Umrisse. Und das allererste aus dem Umriss, das wird gematcht mit den Umrissen, die in uns praktisch abgespeichert sind. Und dann erfassen wir im ersten Moment, ist es ein Auto oder ein Mensch? Und erst dann verfeinert sich das beim näheren Betrachten. Hund oder Kuh, da gibt es ja diese Bilder, ja. Hund oder Kuh, ja, ganz genau. Und um noch einmal auf unsere erste Frage zurückzukommen, nämlich wenn wir in dieses spontane Gespräch rein starten. Ich glaube, dass wir heute wirklich einen schönen Kreis gezogen haben, nämlich rundherum, worauf es nämlich ankommt. Es braucht nicht die ultimativen Gesprächstechniken, die rhetorischen, feinmechanischen Dinge, die wir perfekt oder Schlagfertigkeitstrainings, wo ich dann irgendwelche Dinge ausgewendet gelernt habe. Also das braucht es nicht zwangsläufig, wenn einmal die Beziehung aufgebaut wird. Und der Beziehungsaufbau definiert sich eben dadurch, dass nicht ich mich dem anderen gegenüber ausbreite, sondern mal schaue, wer ist denn der andere überhaupt? Genau. Und interessiere mich einfach dafür. Und das, was du sagst, eben auch dieses Dritte, sich suchen, damit man mal eine Basis schafft, wenn man nicht den Menschen direkt ansprechen möchte, du oder du, sondern sie oder sie, sondern wirklich auf etwas Drittes, wo man sich zumindest einmal auf eine profanen Art und Weise in ein Gespräch reinbegeben kann. Weil Tiefe entsteht dann eher danach. Genau. Also die Wurst als Fallbeifel. Offenheit als Voraussetzung und Neugier als die innere Haltung in der Begegnung mit der Welt. Spannend. Ja, wunderbar. Lieber Andreas, ich sage danke für das tolle Gespräch. Euch da draußen viel Spaß beim Wahrnehmen, auch beim Spielen mit der eigenen Wahrnehmung. Ich kann nur empfehlen, speziell wenn es um die Tonalität der anderen Menschen geht, ab und zu mal zwischen Hören und Lauschen zu wechseln und dann mal zu schauen, was passiert. Euch alles Liebe, möge die Macht eurer Neugier. Und da stimmen wir natürlich mit euch sein. Euer Arno Fischbacher. Euer Arno Fischbacher. Ich kann nur auf die Tonalität der anderen Menschen gehen.